Guten Morgen Börse Heute ist Freitag, der 15. September 2023 und wie gestern versprochen werden wir heute einen Blick werfen auf die EZB-Leitzinsentscheidung von gestern. Ich möchte sagen, überraschend, für mich überraschend, aber so wirklich überraschend war es nicht. Wir hatten gestern hier ganz konkret ja gesehen, 66% der Bloomberg-Marktteilnehmer, in Anführungsstrichen, beziehungsweise der Marktteilnehmer, ausgehend von den Swap-Märkten, Marktteilnehmer haben mit einer Zinsanhebung gerechnet. Die hat es gegeben. Mich hat es überrascht deswegen, weil die politische Entwicklung in Deutschland ganz besonders die deutsche Wirtschaft torpediert und der Fakt, dass sich bei Deutschland um die größte Volkswirtschaft der Eurozone und das Rückgrat des Euros aus wirtschaftlicher Perspektive handelt, dass es hier infolge dieser Zinsanhebung jetzt eher zu weiteren konjunkturellen Schwierigkeiten kommt, beziehungsweise eigentlich brauchst du dafür nicht die Geldpolitik der EZB, dafür brauchst du eigentlich nur eine Ampelregierung, aber dass es auf jeden Fall vielleicht zumindest mal hätte leicht gegensteuern können. Und deswegen hätte ich mir sehr viel eher vorstellen können, dass es hier eine eher geldpolitisch lockere Haltung gibt. Nunmehr haben wir die Zinsanhebung zu sehen bekommen und wie gesagt, aber keine Bearishness im DAX, keine Bullishness im Euro, sondern ziemlich deutliche Signale Euro zurück unter die 1,07 gefallen, DAX jetzt auf dem Weg zurück in der Richtung der 16.000er Region. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie geht das einher? Nun, das geht damit einher, dass in dem Statement der EZB sehr klar und deutlich gemacht wurde, wie das Geld politisch weitergeht. Und was da genau stand, darauf gehen wir in wenigen Minuten dann hier konkret ein, bevor wir ganz offiziell starten. Allerdings zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Die Vision Safety sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin get traded und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hierfür nicht für jeden Anleger geeignet, bevor man mit dem Handel beginnt. Erstelle mal bitte sein persönliches Risikofil und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xtb.com.de kostenlos eine Demo herunter, testet dann risikofrei, schaut, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein eignet. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständiger Risikohinweis, findet ihr auf xtb.com.de. Darüber hinausgehend auch gerne die Möglichkeit nutzen, den deutschsprachigen Kundensupport zu kontaktieren. Kontaktdetails folgen gleich. In eigener Sache, ganz kurz der Hinweis, dass es sich hier nicht um eine Anlageempfehlung handelt und man diese Vorträge meinerseits und Ausführungen meinerseits auch bitte nicht als solche missversteht. Es handelt sich um ein edukatives, rein informatives Event. Ihr könnt gerne unterhalb des Videos eure Fragen stellen, auf die ich gerne dann eingehen würde, die ich dann auch gerne beantworte, auch im nächsten Event. Aber bitte, wie gesagt, nichts als Anlageempfehlung in irgendeiner Form missverstehen. Hier haben wir die Kontaktdetails, also Telefonnummer, E-Mail-Adresse, wie es euch beliebt, was auch immer ihr Fragen habt, ruft das Berliner Büro an, stellt diese der Kundensupport, hilft euch dort gerne. Kurz zu x-Tippe als Broker, bester CFD-Broker des Jahres 2023, ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe, die dazu geführt haben, findet ihr hier einmal aufgelistet in der Mitte. Ein Grund, der sicherlich seinen Beitrag geleistet haben dürfte, ist die x-Station und genau auf diese wollen wir jetzt an dieser Stelle hier einen Blick werfen. Also wir sehen erst einmal ganz vorab eine Referenz auf den Future und heute ist großer Verfall. Es gibt einen Rollover und die haben hier keinen Continuous Contract. Das heißt, es sieht jetzt im ersten Moment so aus, als wenn wir diese wichtige Widerstandsregion um 16.000 schon gebrochen haben, aber da gilt es ein bisschen vorsichtig zu sein. Wir sind auf dem Weg in diese Gefilde. Ja, aber einen nachhaltigen Bruch hat es noch nicht gegeben und was hier eben passiert ist, dass wir jetzt bereits auf den logischerweise nächsten Kontrakt dann referenzieren, nämlich auf den Dezember-Kontrakt. Der eben um 16.100 gehandelt wird und genau infolgedessen dann hier sich das im Pricing widerspiegelt und dadurch der Chart ein bisschen verzerrt. Also noch nicht überrascht sein. Die Attacke steht aktuell in der Kasse, jedenfalls kurz bevor. Und wir haben deutlich bullische Vorgaben, da werfen wir hier mal einen Blick drauf, gestern deutlich bullische Vorgaben zu sehen bekommen, folgend eben auf die EZB. Ich war dahingehend überrascht. Ich wäre short gewesen mit einem Break auf neue Targetstiefs unter die 15.500, 560 ist es ungefähr auf der Unterseite. Ich wäre short gewesen und hatte, nachdem ich die News über den Tickerlauten habe sehen, Zinsanhebung, 25 Basispunkte, mich auch schon darauf eingestellt, dass die Order dann entsprechend gefüllt wird. Sie wurde nicht gefüllt. Ganz im Gegenteil, wir konnten kurz eine Flasche sehen. Das ist hier diese Kerze, kurz eine Flasche tiefer und dann anschließend Aufschläge, sauber gehalten, weitere Bullischniss, auch über die US-Märkte. Da haben wir nächste Woche die FED-Leitzinsentscheidung. Und eventuell ist das, was wir jetzt im S&P, auch im März, zu sehen bekommen haben, schon ein wenig so das Verwegnehmen dessen, was wir seitens der FED folglich erwarten für die kommende Woche. Keine Zinsanhebung, aber eine geldpolitisch, ja, lockerere Haltung, so nenne ich sie jetzt mal. Was ich damit meine, dazu werfen wir hier einen ganz kurzen Blick auf meine Tweets von gestern. Ich habe es relativ kurz und bündig gehalten im Hinblick auf den Leitzins. Ich hätte natürlich die Einlagenfazilität noch zum Thema machen können, diversen Zinsbänder und so weiter. Aber der Hauptfokus lag jetzt dann ganz klar auf dem Leitzins. Der wird um 25 Basispunkte angehoben auf 4,5%. Und der DAX relativ stabil zu dem Zeitpunkt, Euro, S-Dollar, aber unter der 1,07. Wie gesagt, der DAX, das war mein Haupthandelsvehikel oder das war da, wo ich den Hauptfokus drauf hatte. Aber ich habe dann relativ zügig festgestellt, irgendwas stimmt da nicht. Also nicht nur, dass der Short nicht gefällt wurde, sondern dass wir auch ergänzend dazu im Euro, S-Dollar unter die 1,07 gerutscht sind. Denn eigentlich ist solch eine Zinsanhebung ein Signal, dass das Zinsdifferenzial, also ich bin mit Ausblick auf eine geldpolitisch dann eher locker präsentierende FED ab Mitte des nächsten Jahres, eher reduzieren wird und infolgedessen der Euro zum US-Dollar aufwerten sollte, während eben zeitgleich beispielsweise DAX unter Druck geraten sollte. Und dass das nicht stattfindet, hieß, da muss irgend noch was anderes kommuniziert worden sein. Und das fand ich dann beim Blick in das FED-Statement, wo ich dann den entsprechenden englischen Part genommen habe und den Google Translator gesteckt habe. Bisschen zusammengekürzt, aber unterm Strich ziemlich genau 1 zu 1 das, was dort stand. Da steht, die EZB sagt, dass aufgrund ihrer aktuellen Einschätzung die Zinssätze ein Niveau erreicht haben, dass, wenn es über einen ausreichend langen Zeitraum aufrechterhalten wird, einen erheblichen Beitrag zur rechtzeitigen Rückkehr der Inflation zum Ziel leisten wird. Übersetzt bedeutet das, wir haben den Zins jetzt auf 4,5% angehoben. Wir planen ihn dort auf diesem Niveau verweilen zu lassen. Wir gehen aber davon aus, es sind keine weiteren Zinsschritte erforderlich, um die Zielmarke der Inflation, die wir uns ausgegeben haben, von 2% zu erreichen. Das heißt, das war's. Es gibt keine Zinsanhebung mehr seitens der EZB. Das steht da ganz konkret. Wenn es jetzt welche gibt, dann sind das eher Überraschungen, wenn sie nötig werden, zum Beispiel durch eine weiter deutlich anziehende Inflation oder dergleichen. Aber die EZB kommuniziert hier ganz straight, ganz klipp und klar. Zinsanhebung wird es nicht mehr geben. Wir sind jetzt fertig auf der Oberseite. Und das ist natürlich dann etwas, was erstmal Bullish natürlich logischerweise im DAX durchschlägt oder zeitgleich auch im EURUS-Dollar zum Beispiel hier den Drop unter die 1,07-Nachsicht zieht, was aber eben auch durchschlägt positiv, und da schauen wir jetzt mal auf den Spider oder eben auch auf die Qs, auf den Nasdaq-ETF, was aber eben auch positiv durchschlägt auf den US-amerikanischen Markt. Denn, logischerweise, wir haben nächste Woche die FED-Leitzinsentscheidung und der Markt, der sieht jetzt hier im übertragenen Sinne ein Vorwegnehmen dessen, beziehungsweise eine Kommunikation, die zeigt, in welche Richtung es dort kommunikativ seitens der US-Notenbank nächste Woche gehen wird. Man erwartet keine Zinseinhebung. Man geht jetzt sogar davon aus, leicht zugenommen, die Erwartungshaltung, nur marginal, deswegen nichts Dramatisches. Im Hinblick auf eine Beibehaltung des Leitzinsniveaus nächste Woche hat man sich schon geeinigt, worum es viel mehr geht, ist in den Jahresschluss zu erwarten. Da kann man sehen, die Wahrscheinlichkeit mittlerweile rund 60%, dass es keine weiteren Zinsschritte geben wird. Das ist das, was die FED, man erwartet, was die FED kommuniziert. Und, dass man darüber hinausgehend eventuell auch ganz konkrete schon Hinweise liefert, hinsichtlich der Economic Projections des Dotplots, dass es dann eben ab Mitte 2024 Leitzinssenkungen geben wird. Und das ist natürlich dann folglich eher bullish für Equities. Die EZB gibt jetzt hier den Takt im übertragenen Sinne vor, bringt den Stein ins Rollen und das spiegelt sich dann entsprechend in Aufschlägen wieder, sowohl im S&P als auch im Nasdaq. Und das lässt, ganz kurz nochmal zurückkommen auf den DAX, eben nicht nur nicht diese wichtige Supportregion auf der Unterseite brechen, sondern sorgt jetzt dafür, meiner Einschätzung nach, dass wir sogar realistisch Potenzial freisetzen in den kommenden Tagen, vielleicht in den Quartalsschluss hinein, für einen Retest der Allzeithochs. Also aktuell, das ist die Zusammenfassung dessen, was die EZB gestern geliefert hat, mit ihrer geldpolitischen Entscheidung, sind die Vorgaben für Equities wieder long. Wir sollten uns darauf einstellen, dass eher Long-Engagements zu favorisieren sind. Wirklich negiert würde das in dem Moment, wenn wir auf die Ausgangsniveaus, beziehungsweise unter die Ausgangsniveaus der EZB fielen. Also im Falle des DAX hieße das Break auf neue Tiefs. Das heißt, diese müssten dann an der Stelle rausgenommen werden. Im Hinblick auf den S&P würde ich jetzt mal behaupten, mit Ausblick auf die Fett nächste Woche, sollten wir jetzt sowohl in den Wochenschluss, als auch dann vielleicht Montag, Dienstag, nicht zu viel erwarten. Die Karten werden im übertragenen Sinne neu gemischt. Die Tendenz geht aber eher in Richtung, dass wir einen weiteren Aufwärtstriff zu sehen bekommen. Also das heißt, dass Long-Engagements in den Wochenschluss und dann auch zum Wochenbeginn im S&P, im Nasdaq eher zu favorisieren sind. Das ist ein kurzer Überblick darüber, was die EZB gestern geliefert hat. Happy Trading! Passt auf eure Stops auf, wir haben jetzt das Wochenende vor uns. Schönes Wochenende. Montag können wir uns hier an dieser Stelle wieder. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Bis dann. Tschüss. Tschüss.